Hi Freunde, wir sind wieder zurück in der Gefahrenzone, Sirocco, Sirocco von CSGO. Mal sehen was heute reingeht, ob überhaupt was geht, ob wir wieder gewinnen können oder ob wir direkt verlieren. Mein erstes Match heute überhaupt in CSGO, also wird sowieso nichts gehen, wie immer. Seht ihr, ich triff nicht mal den da hinten. Fehlt nur noch, dass er mich jetzt headshotet. So, da ist schon wieder einer, der schön im Chat schreibt, Lifehack Bitch, Lifehack Bitch, wie immer. Ja, jetzt seht ihr es natürlich nicht, weil ich genau vor dem Chat sitze. Und so, mit am Start, wie jedes Mal, Frau hier hinterm Greenscreen versteckt. Und jetzt würde ich sagen, räumen wir hier mal auf, oder? Nein, nein, nicht hinter die Felsen, nicht so weit weg. Für was steuert man das überhaupt, wenn man doch irgendwo in der Wallachai landet? So, jetzt sei bitte nicht direkt ein Nade. Naja. So, der erste hat schon aufgegeben, das ist auch immer gut. Liegt Munition an, man hat keine Waffe, hast du schon eine Waffe? Hier oben liegt Munition. Ja. Da ist noch mehr Munition. Da ist noch Kevlar, wenn du noch keinen hast, gell? Die Kugel hier erinnert ein bisschen an die Eurosat im Europapark. Hast du die Munition jetzt genommen, da oben? Ja, einer ist schon tot und der andere ist auch noch nicht. Ja, warte, ich bin hier unten am Arsch der Welt. Ich habe mir jetzt erstmal eine Waffe besorgt. Ja, ich bin schon tot. Sie killt hier schon wieder voll rum und ich habe gerade mal eine Waffe mit 18 Schuss. Oh, weg hier. Was? Ja. Hast du hier was bestellt? Hinter mir war einer. Na klar, hinter mir. Logisch. Ja, danke. Spawn in der Nähe wieder. Oh, da sind nochmal irgendwo zwei. Ich habe sie gerade vom Hubschrauber aus gesehen, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Das bin ich. Sie rockt hier voll rein, ich komme, warte, vielleicht gibt... Ich komme, ich komme. Ich kann schon die Waffenfüste aufmachen. Ich habe nichts. Sehr nice. Ich habe erst mal mein Messer genommen. Da ist ein Gegner. Hier rechts. Da hinten habe ich ihn irgendwo rumspringen gesehen. Vielleicht ist er auch hier runtergejumpt. Das heißt, ich muss hier runtergefallen können. Das ist ein bisschen Oma. Das ist auch hier. Nein. Ich kann hier rausgehen. bye. Na klar. Wir holen Sie zusammen. Also über uns geht auf jeden Fall mega die Action. Ich habe übrigens auch noch eine Bombe und einen Fernzünder, gell? Wo? Ja, da hinten. Natürlich hatchert er mich sofort ein Hit. Das stirbt nicht. Zehn Sekunden. Ah, Mann. Es waren noch sechs Sekunden oder so. Ja, schade. Haben wir es wieder nur auf den sechsten Platz geschafft. Ja, von da oben. Naja. Versuchen wir es einfach direkt nochmal, würde ich sagen. Hat er sich jetzt selbst mit dem Fass in die Luft gesprengt. Ja, hier. Zwei Kills im Warm-Up gemacht. Ich bin gut. Wo gehen wir hin? Ja. Wollte gerade sagen, lass mal da unten Lighthouse gehen. Toll, hier ist direkt eine große rote Waffenkiste und ich habe nichts, um sie zu öffnen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, eventuell. Wie hier? Nee, hier. Bei mir. Aber da geht halt so nichts, weil ich ohne... Ich habe es ja bestellt. Ich habe es ja bestellt. Ich habe es ja bestellt, sehr gut. Und da schon mal. Na toll. Komm, hier runter, ja. Hinter dem Häuschen hier. Warte, ich wollte sagen, ich öffne sie, dann wäre es mein Messer gewesen. Ich habe gesagt, warte, ich öffne sie, dann wäre es mein Messer gewesen. Ich habe es ja bestellt. Und hier ist noch eine Kiste, zwei Stück. Noch eine USP. Ich habe sie gerade gefunden, also jetzt habe ich eine. Da ist aber noch eine Kiste, warte. Da könnte eine Pistole drin sein. Ich habe nicht eine Pistole. Hast du schon Kevlar? Nee. Da unten liegt. Ich habe eine Menge auf, jetzt sind die Knochen. Ja. Da steht's. Da ist ein Typ Kill, kriege ich extra. Hm. Ich glaube, rechts von uns könnte irgendwo was sein. Ich meine, was gehört zu haben. Hey, da ist noch eine fette Waffenkiste. Ja. 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 Und technisch sieht's bei uns diesmal besser aus, aber wahrscheinlich werden wir trotzdem verlieren. Nicht einzeln. Da oben. Sorry. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Aha, schien schon. Heil dich mal. Heil dich mal. Hast du hier was bestellt? Nee. Es liegt da zu dem Palast. Ich gebe mir auch mal eins. Nicht stehen. Mhm. Ich gebe mir auch mal eins. Ich gebe mir auch mal eins. Das war's. Links von uns landet auch gerade frisch jemand. Siehst du ihn? Wer in den links? Ja, so jede Menge gegen. Da ja, ich sehe ihn. Okay, da unten am Strand sind noch einer. Ne, hat irgendjemand geflasht? Hat er Speide genatzt? Ja, weil hier kommt jetzt. Weiß nicht, hier in dem Hirschmoni, gell? Ja, landet einer. Hajo, wie du abgehst, heute schon wieder da, ich habe gar keine Chance. Warte, da ist einer, da ist einer. Hier. Hinter oder in dem Haus. Der ist gerade gelandet, der hat noch nichts, der schnackt. Diesmal habe ich den Kill gekriegt. Schau mal in dem LKW, ich weiß nicht, ob da noch Muni ist. Da sind noch zwei oder eins. 4.000. Ah, von irgendwo hinter uns. Schon wieder mit einer Scout, der hat eine Scout. Überlebt vier Sekunden. Ich lande gerade. Ich werde abgefallen. Ich weiß halt nicht, wo der ist mit seiner Scout. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber hier kommt jetzt diese Fack-Zone. Was? Was? Was war zu einem? Als ob. Was? 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 Was?